Katalog Nummer 30 Quidditch Quantensprung aus der Parsenn von Piasta Landwind 2 Einblick Fierig ist diese Stute zu uns hier ins Auktionslot gekommen noch etwas grün in der Ausbildung aber hat jetzt schon einen großen Schritt nach vorne gemacht über die vergangenen Tage vom Videotermin dem ersten bis heute und hier unsere Auszubildende Isabel auf ihr Platz genommen hat letzten Tage sich auch schon um die Ausbildung von Quidditch gekümmert auch hier schon sehr gute Fortschritte wieder erzielen können aus Quidditch stamm aus der direkten Mutter ebenfalls sporterfolgreiche Pferde aber auch Parsenn selbst bis St. Georg hoch erfolgreich im Sport gelaufen also nicht immer weiteren Stamm sondern direkte Mutter selbst sporterfolgreich gewesen aus dem abfallenden Stamm dann weitere gekürte Hengste wie zum Beispiel Wellington oder Dimple Dynamite Deluxe von Don Larino bis Inter 1 hoch erfolgreich oder eben auch der es erfolgreiche Mark Kane Millennium Sohn der 2016 Bundeschampion war all das hier aus dem Stamm der Katalog Nummer 30 Quidditch jetzt hier mit Christoph Hess in der Trainingseinheit bei Einheit unter Isabel ja und das was du gerade Thomas gesagt hast stimmt wirklich dieses Pferd hat sich eigentlich während des Trainings sehr schön weiterentwickelt und wenn wir das jetzt mal beobachten was die junge Auszubildende macht die Isabel die ja schon mehrfach Pferde und auch Ponys in Auktionszeiten mitgeritten hat da muss ich sagen die hat das toll gelernt diese Stute wunderbar zu reiten und sehr schön kann man sehen wie sie mehr und mehr jetzt in der Lage ist das Pferd vor sich zu bringen das Pferd sicher auf die linke Hand einzustellen um dann in wenigen Minuten Augenblick mal den Links Galopp vorzubereiten aber das ist ein schöner gebräuchlicher Arbeitstab und ich kann nur den künftigen Besitzern den Tipp geben genau so zu traben und jetzt vielleicht im Galopp Isabel eine Idee frischer reiten galoppieren nachher nochmal an einfach wirklich an frischen Galopp denken und nicht daran denken ich galoppiere an und will eigentlich nur kontrollieren sondern erst mal den Galopp nach vorne anlegen dann kommt die Kontrolle ganz von allein und denkt daran immer so ein bisschen entlasten sitzen gar nicht so sehr drücken und versuchen Dressursitz einzunehmen sondern eher den Oberkörper etwas nach vorne genauso das ist wenn man so will ein Wohlfühlsitz für unsere Katalog Nummer 30 Quidditch sehr schön siehst du jawohl klasse und dann galoppierst du einmal durch zum Trabe und dann galoppieren wir noch einmal an um den künftigen Besitzern des Pferdes zu zeigen wie gut die Stute lernt und wie fein sie dann das an galoppieren macht wunderbar prima da hättest du eine Idee noch leichter mit der inneren Hand sein können aber du siehst wie schön die jetzt auf der gebogenen Linie galoppiert und du trabst jetzt gehst in den Trapp hinein wunderbar nicht diese Übergänge sind am Ende Elixier guter Reiterei klasse streich einmal über um sicher zu sein dass die Stute sich nicht abstützt auf dem Gebiss ganz wichtig Dehnung nach vorwärts abwärts oder vorwärts zumindest aber nicht sich abstützen auf dem Gebiss und dann unten am Eingang erneut eine Zirkellinie reiten und auf der Zirkellinie dann wenn du ein gutes Gefühl hast ich empfehle am Ende der offenen Seite rechts an zu galoppieren und dabei ganz leicht in der Hand sein und gleich Oberkörper nach vorne jawohl gleich Oberkörper nach vorne nicht das ist wichtig dass die Pferde das lernen dass sie alleine galoppieren und hör dir das an sie schnaubt sich ab das ist reiterei eines jungen Pferdes um es wirklich happy zu machen ja that's a happy horse when the horse is trained into this direction light seat so that's the best way for the horse to use back and to come with the hind legs good under the center of gravity and then a smooth transition without using the reins into the trot writhing and then give longer rein but maintain the contact oh this is working trot in a nice way here with number 30 quidditch and then change direction so that we see that the horse is balanced with a long reign on both hands change direction and we can enjoy the walk which is a good walk good over tracking good covering ground good activity and especially a good for Pete risen isabel thank you very much indeed a good presentation and now i want to listen we want to listen to your comment how is the feeling in the saddle wie fühlt sich diese sympathische stute aus reiterperspektive an ja diese stute noch etwas jung aber dennoch in der täglichen arbeit überzeugt sie mit hoher leistungsbereitschaft sowie hervorragenden richtigkeitswerten und hervorzuheben ist natürlich die unglaublich gute galopadi dieses pferdes man kommt schön zum sitzen und zum reiten das macht wirklich spaß mit ihr zu arbeiten und ich denke dass die zukünftigen besitzer einige erfolge mit ihr feiern werden das hast du toll ausgedrückt also den besitzern jetzt schon toy 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 vielen dank an isabel vielen dank an quidditch die katalog nummer 30 sagen wir meine damen und herren die katalog um bin wo bin bin wo bin wo bin wo